Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Glaubst du eigentlich... Na ja, glaubst du, dass sie auch ohne mich zusammenbleibt? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich will nicht, dass ihr ständig in meinem Krankenbett sitzt, ich irgendwelche Schläuche in mir habe und dass ich wohl maschinenabhängig bin. Ja, dann mach mir doch keine Vorwürfe. Das mach ich doch gar nicht. Keiner von uns will es aussprechen, aber einfach so tun, als wär nichts. Das Einzige, was ihr verletzt hat, war, dass ihr seine Lebensweise nicht versteht. Das wär zumindest eine Chance. Für wie lange? Ein paar Wochen? Monate? Zeig ihm bitte nicht, dass du es weißt. Ja? Wieso weiß ich nichts von dieser Verfügung? Hast du Hilfe? Geht schon halb zum Bild. Aber weißt du, Vera, mit dieser ständigen Therapiediskussion, da hast du ihn auch wahnsinnig unter Druck gesetzt. Es tut mir leid. Ich kann einfach nicht mehr. Und wenn du mit der Nachtgehakt hast, in mir. Take care, ich danke. Was ich schon immer über die Zeit? Und dann habe ich ein paar. Ich habe dich bewusetúcar,